haja grüß euch servus ich möchte wieder hier was drehen und zwar heute mal auf besonderen wunsch von einem abonnenten der hat sich frutinator gewünscht ich habe jetzt hier zweimal den frutinator plus eingestellt da haben wir meinen noch 80 cent raus da spielen wir mal auf dem euro ein bisschen was beim frutinator so passiert das ist das lieblingsspiel vom abonnenten lolol schön dass du mir immer so nicht schreibst lolol vielen dank freut mich sehr dafür gibt es mal den frutinator im doppelpack ja es jetzt früchte spiele sind jetzt nicht meine lieblingsspiele aber ich akzeptiere das und verstehe das natürlich wem das gefällt deswegen machen wir heute mal frutinator bisschen session ab geht's ich möchte euch natürlich immer wieder das zeigen was ihr mir auch in die kommentare schreibt wenn jemand mal irgendwas besonders möchte mache ich das ich habe heute auch ein video eingestellt oder schon länger her ein video eingestellt für lucky fahrer auf 2 euro 8 euro powerspins wie gesagt schreibt mir einfach ich freue mich immer wenn ihr interesse habt und dann gibt es immer was zu gucken wenn ihr jetzt auch vermehrt doppel videos einstellen möchtest die frequenz die schlagzahl ein bisschen erhöhen schauen wir mal wie weit wir da kommen viel spaß beim gucken leute ah genau mein oberen monitor hier von der rechten kiste habe ich jetzt endlich mal richtig justiert der hat jetzt auch die schönen farben wieder der war ja viel zu hell in meinen videos weiß nicht ob es jemand aufgefallen ist den habe ich jetzt endlich mal wieder runter gedimmt auf eine schöne schöne helligkeit und schönen kontrast soll jetzt auch besser rüber kommen das müsste passen da haben wir gleich eine nette kirchenrutsche drin oh ich sehe gerade ein bisschen zur früh erzählt geräte gehen in die pause und macht nichts ich mache nämlich dann jetzt auch pause ich habe mir gerade essen bestellt und danach weg einfach weiter und dann hänge ich die videos zusammen also keine angst also keine angst es geht dann gleich weiter nochmal 20 grad drauf da 32 oh 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 Ja, hier links meine TR5-Dose schläft gerade, nix drauf, da werde ich dann irgendwann mal wieder buchen. Ihr wisst ja, wie das mit der Bucherei ist, da habe ich halt aber keinen Bock mehr. Das mache ich dann irgendwann mal. Jo, dann gibt es dann mal dreimal Fruchtigrator vielleicht. Ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran. Der eine geht schon schlafen, da schauen wir noch kurz zu. Und dann werden wir kurz essen und dann drehen wir weiter, Frutinator Plus im Doppelpack. Bis gleich dann, vielleicht fehlt ja noch was, schauen wir mal. Ja, hier bin ich wieder, weiter geht's, Pause vorbei, Frutinator, Doppelfolge. Okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So Glocken oder 7er werden schon mal schön, weil der Glockenhans ja auch 500 bringt, wenn er fünffach kommt, aber auch ohne er geht's, ne Ah, der hat auch gerade ein bisschen aufgefüllt, das ist schon mal schön. Jo, dann würde ich sagen Leute, das war es jetzt wieder, ich mache gerne nochmal was für dich, lieber Abonnent lolol. Jo, jetzt verlassen wir beide mit Lust, das ist immer gut, dann habe ich immer ein bisschen Geld noch drauf für andere Spiele und dann drehe ich nachher noch ein Mighty Dragon oder Crystal Ball Video, mal schauen. Jo, vielen Dank fürs Gucken, bis zum nächsten Mal Leute, alles gut, bleibt mir gesund.